Yo, mein Auto ist so cool! Ah, hier ist die Ampel. Sie ist rot, also stehen wir. Oh wow! Wer ist das denn? Hey Mädels! Habt ihr ein schönes Auto? Äh, wer ist das denn? Miss Alexa? Was machen Sie denn hier? Ich bin eingeschlafen. Ich hab einen Albtraum gesehen. Ah, Miss Alexa? Sie sind auch hier? Das hier ist mein Pop-Auto. Gefällt's Ihnen? Und es fährt auch noch. Cool, oder? Zum Direktor, sofort! Also, ich wünsch mir was Leckeres. Hey, wo bleiben meine Leckereien? Gib mir sofort meinen Schokoriegel. Ist er kaputt gegangen? Grace, was ist denn los? Ist der Automat kaputt? Mach dir nichts draus. Ich werd Wasser finden. Wo willst du denn hin? Ich will was Süßes. Also, wo ist mein Karton? Da ist er ja. Außerdem brauch ich einen Kartonschneider. Erstmal die Formen ausschneiden. Und jetzt werde ich alles mit meinem Blasterkleber zusammenkleben. Das sind alle Details. Jetzt nehme ich mir ein Holzstäbchen und schneide mir Stückchen ab. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich will meinen eigenen Süßigkeitenautomat machen. Und da werde ich ganz verschiedene Süßigkeiten reinlegen. Tja, das Ding haben meine goldenen Hände gemacht. Jetzt wird's Zeit für den Aufzählmechanismus. Jetzt wird's Zeit für den Aufzählmechanismus. Erstmal eine Feder auf den Griff aufsetzen. Jetzt drankleben und den Rest abschneiden. Jetzt kommt dieses Stück hier rein und das hier kommt drüber. Und fertig ist unser Mechanismus. Super. Meine Süßigkeiten-Container sind bereit. Jetzt muss ich den Deckel noch drankleben und ausprobieren. Funktioniert prima. Aber jetzt wird's Zeit, das Ganze noch ein bisschen auszumalen. Bringen wir ein bisschen Farbe ins Spiel. Na, schaut doch nur, wie cool das aussieht. Und jetzt kommt der beste Teil. Da kommen die Süßigkeiten rein. M&M's, Skittles. Ich hab sogar ein paar Nerds. Gummibärchen. Und Tick-Tack. Hier kommt noch das Logo drauf. Prima. Das kommt jetzt an eine prominente Stelle. Hier zum Beispiel. Weg mit diesem Globus, wer braucht den schon? Ich bin so zufrieden mit mir selbst. Oh, ich bin ganz schön müde. Oh, wow. Ist das ein Süßigkeiten-Automat? Ich muss sofort was bestellen. Ich hätt gern Skittles. Alles klar, kriegst du gleich. Hier kommt ein Becher rein. Und jetzt einfach nur auf den Knopf drücken. Guten Appetit. Mach mal Platz. Ich brauch auch dringend Süßigkeiten. Wahnsinn, ich werd reich. Ja, ja, klar. Kannst ja auch was nehmen. Nur Bargeld. Hier ist dein Becher. Guten Tag dann. Ups. Ja, Frau Alexa. Ich hätt gern Tick-Tack. Hier hast du deinen Dollar. Bitte sehr, der Becher geht an Sie. Super, ich liebe Tick-Tack. Wenden, das hast du gut gemacht. Kluger Junge. Schönen guten Tag noch, Frau Alexa. Oh, gerade noch mal gut gegangen. Ja, heute ist mein Geburtstag. Was haben mir Mami und Papi geschenkt? Was ist das denn? Eine Stoffpuppe? Mit so einer hab ich vor zehn Jahren gespielt. Mama, Papa, ich wünsch mir so etwas. Eine Spielhalle. Was soll ich machen? Schwesterchen, bloß nicht weinen. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Schau mal, Candy. Ich hab genug Karton, um dir dein Geschenk selber zu basteln. Schau zu. Vielleicht zaubern wir dir deinen Spielautomaten hin. Dieses Detail kleben wir fest. Jetzt brauch ich ein paar Plastikbecher. Super. Noch ein bisschen Kleber. Mama, ich brauch das dreieckige Teil. Okay. Genau das, was wir brauchen. Äh, Papa, gib mir noch das rechteckige Teil. Super, das kommt hier hin. Wir sind schon fast fertig. Ich will meinem Bruder helfen. Das wird er sicher gebrauchen. Hier, bitte sehr, Quentin. Oh, Candy, das hast du super gemacht. Schau mal. Das kleben wir hier dran. Und hier fehlen nur noch ein paar kleine Details. Und dann sind wir fertig. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ausmalen. Schließlich soll der Automat so bunt wie möglich sein. Ist ja ein Geschenk für meine Schwester. Hier kommen noch blau hin. Und ein paar letzte Striche. Aufkleber. Hier, Schwesterchen, das ist für dich. Oh, wow. Na, wollen wir was spielen? Das kommt auf den Tisch. Und wir können anfangen. Oh, wartet mal, ich hab was vergessen. Ich muss noch die Rutsche anmalen. Die wird schön blau. Und daran kommt noch ein Sprungbrett. Jetzt sind wir fertig. Lasst uns spielen. Schaut, den Ball werfen wir hier hin. Dann rollt er hierher und landet hier auf dem Spielfeld. Wer möchte erster sein? Darf ich? Darf ich? Also, hier kommt der Ball rein. Und unser Geburtstagskind darf draufhauen. Das Spiel soll beginnen. Wow, das ist so cool. Es funktioniert genau so, wie ich es wollte. Ja, wir haben ein KitKat gewonnen. Bitte sehr, dein Gewinn. Oh, danke sehr. Mama, jetzt bist du dran. Aber gerne doch. Na, was werd ich wohl bekommen? Ein Stinkekäse? Ist ja blöd. Ich hab keine Lust drauf. Bitte sehr. Okay, ist ja schließlich ein Wettbewerb. Kinder, jetzt ist der Papa dran. Darf ich? Ich will meinen Automaten auch ausprobieren. Na, los geht's. Ich hoffe, ich krieg was Leckeres. Oh, nee. Brokkoli. Aber okay, die Regeln sind nur mal die Regeln. Dann muss ich wohl dieses Grünzeug hier essen. Papa, jetzt bist du dran. Danke, Sohn. Aber ich nehm mir einen anderen Hammer. Damit werd ich sicher gewinnen. Na, mach schon, weil ich glaub an dich. Was ist das denn? Ne scharfe Chilischote? Och, nee. Ich hätte doch lieber den kleinen Hammer nehmen sollen. Das schaffst du. Ich probier's mal. Oh, nein. Das ist mega scharf. Oh, Schatz. Vielleicht kannst du ja die Kerzen anzünden. Ist ja toll. Hurra. Jetzt kann ich mir was wünschen. Vielen Dank. Ich bin das glücklichste Geburtstagskind aller Zeiten. Quentin, danke für das Geschenk. Du bist der beste Bruder. Ich hab dich lieb. Quentin, schau mal. Meine Oma hat mir so einen schönen Hamster hier geschenkt. Ha, ich hab auch einen Hamster bekommen. Aber meiner ist schwarz. Und der ist so cool. Schau mal. Na, ich weiß nicht. Ich denke, mein Hamster ist cooler als deiner. Was? Gar nicht. Gleich machen wir einen Hindernislauf für unsere Hamster und finden heraus, wessen Hamster besser ist. Ich werde wie immer aus meinem Lieblingskarton basteln. Und hier kommt noch ein Detail. Perfekt. Jetzt nehme ich mir die Farben. Meine Seite wird blau. Und deine Seite wird rosa. Tada. Jetzt wird's Zeit für ein paar Etagen. Diese Etage wird grün sein. Hier werde ich verschiedene coole Hamster-Dinge einbauen. Und dir mache ich auch noch eine Etage. Hier kommen ein paar coole lustige Sachen rein. Und gefahren. Aua. Äh, was soll ich damit anfangen? Ah, okay. Na, wir sind fertig. Jetzt wird's Zeit, dass wir unsere Hamster reinsetzen. Ich werde meinen auch einsetzen. Na los, du schaffst das, Kumpel. Mein Hamster wird besser sein. Komm schon, ich glaube an dich. Schau doch nur, wie klug er ist. Er hat's durch die Hindernisse geschafft. Er ist schon fast am Ziel. Na los, du musst springen. Das schaffst du. Komm schon, Kleiner. Komm schon. Nein, bitte. Quentin darf doch nicht gewinnen. Mach hin. Du schaffst das auf jeden Fall. Wenn du das für mich machst, kriegst du alle Leckereien auf der Welt. Oh nein, vorsichtig. Ich wusste nicht, dass du das kannst. Ja, ja, ja. Mein Hamster ist schon fast am Ziel. Na komm schon, Kumpel. Du kannst das noch schaffen. Oh, jetzt kommt die Etappe mit den Gefahren. Wer wird wohl erster sein? Komm schon, komm schon, komm schon. Noch ein bisschen. Hurra. Unsere Hamster waren gleich schnell. Warte, an wen geht dann der Preis? An mich. Mein Hamster hat deinen eingeholt. Oh, schau mal. Die sind Freunde geworden. Komm, wer braucht schon diesen Pokal? Ja, wir sind auch Freunde. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017